Nur noch eine kleine Handvoll Abonnenten benötigt ist und dann bin ich das erste Mal im vierstelligen Bereich bei 1000 Abonnenten. Und ich sage schon mal vielen, vielen herzlichen Dank für diese Treue, für diesen Support und ich freue mich wirklich sehr, dass euch meine Videos gefallen. Nächste Woche, am nächsten Wochenende möchte ich einen Livestream machen und zwar ein 1000 Abonnenten Special, wo ich quasi live direkt beim Livestream Arch Linux installiere mit allem, was dazugehört, ButterFS, Gnome und so weiter. Und du kannst noch abstimmen, ob denn der Stream eher am Samstagabend ab 18 Uhr stattfinden soll oder am Sonntagnachmittag quasi zur typischen Sonntags-OS-Zeit ab 14 Uhr. Jetzt abstimmen und zwar einfach auf meinem Kanal im Community-Tab, dann hier einfach abstimmen und dann werde ich auch rechtzeitig Bescheid geben. Ab Stimmungsende ist dann Donnerstag, der 7. April, so dass ich dann die Vorbereitungen treffen kann und dann werde ich das Ganze auch veröffentlichen, wann genau der Stream dann stattfinden soll. Entweder Samstagabend oder Sonntagnachmittag. Abonnieren natürlich nicht vergessen, dass wir hier die 1000 Abonnenten auch noch voll kriegen. Dann würde ich sagen, jetzt geht's zum nächsten Sonntags-OS. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags-OS und heute installieren wir mal ein ziemlich, ja, weirdes Betriebssystem, ein seltsames Betriebssystem. Und zwar habe ich fairen-OS gefunden. Pop, also auf der distrowatch.com-Liste, auf der Rangliste liegt's bei 41, Platz 41. Das ist schon ziemlich gut. Ja, und dieses Betriebssystem hat mich durchaus interessiert. Also das hat durchaus Interesse erweckt. Einmal durch dieses tolle fairen-OS-Symbol, dieses Logo mit dem Vogel, mit dem Papier-Origami-Vogel. Und auch die Screenshots machen natürlich einen sehr, sehr schönen Eindruck. Und wenn ich das so rauslesen kann, war bis zum Jahr 2020 fairen-OS noch basierend auf Linux Mint. Hatte mal also einen Cinnamon-Desktop gehabt und basiert jetzt aber auf Ubuntu LTS. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch Ubuntu 2004 LTS und hat als Oberfläche KDE Plasma. Und das hat mich interessiert, wie denn da der Wechsel stattgefunden hat. Und deswegen habe ich mir das Ganze einfach mal heruntergeladen und installiert und mir mal angeschaut. Und ja, dann schauen wir mal gemeinsam rein. So, als allererstes starten wir eine neue virtuelle Maschine und wählen fairen-OS Standard ISO aus. Diese kann man übrigens herunterladen hier auf der Webseite von fairen-OS.weebly.com. Ist eine sehr rudimentäre Webseite. Das scheint so ein Standard-Weebly-Template zu sein. Einfach auf getfairn-OS. Und dann hier gibt es dann den Download. Knapp drei Gigabyte groß ist die ISO. Ist also quasi schon alles Mögliche drauf auf dieser ISO. So automatisch. Hier hat er nichts erkannt. Es ist aber ein Ubuntu LTS. Dann einmal weiter. Vier Gigabyte Speicher schlägt er mir hier vor. Ich nehme aber knapp acht Gigabyte und sechs meiner verfügbaren Threads. So, 25 Gigabyte Festplattenspeicher ist die Minimalanforderung tatsächlich laut Website. Es wird eher empfohlen, sogar bis zu 50 Gigabyte Festplatte zur Verfügung zu stellen. Das mache ich auch, weil wir werden gleich sehen, der wird automatisch eine ziemlich große Swap-Partition erstellen. Und ja, da geht dann der ganze übrige Speicherplatz dann halt flöten, wenn man das so sieht. So, fairen-OS Konfiguration noch bearbeiten und hier meine Netzwerkbrücke auswählen. Einmal weiter. Ich möchte ein UEFI-System installieren. So, das Laufwerk und das Startmenü an. Und dann schauen wir, dass der Videotreiber auf jeden Fall WIRT-IO ist. QXL-Treiber funktionieren nicht sonderlich gut bei KDE Plasma, da die Auflösung dann nicht einzustellen geht. Deswegen hier unbedingt auf WIRT-IO umschalten, wie die Festplatte. Und dann funktioniert das in der Regel auch. So, dann wollen wir mal die Installation starten. So, gleich zu Beginn kommt anstelle eines Grub-Menüs kommt ein, ja, Sprach-Auswahl-Menü. Und das finde ich ziemlich interessant. Ich finde, das gibt es viel zu wenig. Ubuntu hatte das, hat das, glaube ich, immer noch. So in einer ähnlichen Form. Oder hatte das auf jeden Fall mal, bin ich mir gar nicht mehr ganz so sicher. Wo man quasi bereits am Anfang im Grub-Menü schon die Sprache der Oberfläche einstellen kann. Finde ich sehr, sehr schön. Ist eine sehr, sehr nette Geste. Deswegen wähle ich hier auch Deutsch aus. Und dann starten wir direkt rein. Jetzt kommt so ein, ja, File-System-Check. Das ist gar nicht so ungewöhnlich bei Plade e-Plasma. Ja, und hier haben wir dann einen schönen Startbildschirm. Und hier sind wir jetzt auf der Oberfläche. Willkommen bei ferren OS. Kurioserweise ist es trotzdem auf Englisch. Allerdings, wenn ich ins Menü hier reingehe, auf der Live-ISO, dann ist dennoch alles auf Deutsch auch eingeschalten. Nur scheinbar ist dieser Welcome-Screen oder diese Welcome-Tour leider nur auf Englisch verfügbar. So, hier ist auch alles auf Deutsch. Das ist schon mal schön. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zu Eingabe und Monitor und möchte jetzt hier die Auflösung noch etwas anpassen. Beibehalten. Okay. Und jetzt kann ich das hier nicht verschieben, dieses Fenster. Ich hätte es gerne in die Mitte. Gut. Wir gehen aber mal die Tour durch, denn die Tour finde ich ziemlich interessant. So, jetzt kann ich es verschieben. So, das Schöne ist, ferren OS hat erkannt, dass es noch nicht installiert ist und hat auch erkannt, dass es nicht auf echter Hardware installiert wird gerade oder dass die CD quasi in einer virtuellen Maschine oder die ISO in einer virtuellen Maschine eingebunden ist. Und das ist ziemlich interessant, denn so kann man direkt die VirtualBox Guest Editions installieren oder die VM-Tools Guest Edition. Allerdings, und das ist ein bisschen kurios, installiert er das jetzt quasi hier einfach in die Live-Umgebung rein und nachher bei der Installation ist es ohnehin wieder weg, weil man muss es dann nach dem Neustart auch wieder neu installieren. Finde ich es unnötig, das Ganze jetzt hier in die Live-ISO so reinzupacken. Ich kann es mir lediglich erklären, falls man nur die Live-Umgebung testen möchte und es da irgendwelche Probleme gibt, dass man das Ganze dann anhand der Live-Editions irgendwie oder der Guest Editions entsprechend irgendwie lösen kann. Kann ich mir aber nicht vorstellen, denn um die Guest Editions oder VM-Ware-Tools irgendwie in das System dann zu installieren und einzubinden, ist immer ein Neustart notwendig und bei einer Live-Umgebung macht das einfach keinen Sinn. Deswegen finde ich, macht das Ganze hier keinen Sinn. Zumindest nicht an dieser Stelle hier. Wir machen mal weiter und Transfer Files from Microsoft Windows. Hier bietet er mir jetzt an, meine Daten quasi von Microsoft Windows quasi zu sichern. Er weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt ein Microsoft Windows installiert habe oder nicht, was ich nicht habe und bietet mir dann hier ein Transfer-Tool an. Allerdings macht das ebenfalls meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, hier in einer Live-Session dieses Transfer-Tool auszuführen, da ja noch gar nicht das Betriebssystem installiert ist. Wo will er es dann erstmal hintransferieren? Das ist sinnvoll, wenn man das System schon installiert hat. Gut, wir machen weiter. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, Install Faren OS zu klicken und dann würde sich jetzt der Calamares Installer öffnen. Und hier oben gibt es aber nochmal Next. Das heißt, ich kann hier immer noch weiterschalten. Machen wir mal weiter. Third-Party-Codecs werden mir hier angeboten. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ja, Codecs für MP3 und QuickTime-Triber zu installieren. Was ich ebenfalls ein bisschen seltsam finde, ist, dass mir das hier in der Welcome-Tour in der Live-ISO angeboten wird. So, hier wird mir dann noch der Desktop-Modus angeboten, welche Desktop-Modes es gibt. Es gibt den Tablet-Modus und den Peren OS-Default-Modus. Den gucken wir uns dann nachher aber an und dann wird hier noch kurz erklärt, was das Menü, Window-Manager und hier unten die Symbole alle bedeuten. Das sind im Prinzip Informationen, die hier in so einer Start-Tour vor der Installation gar nicht reingehören. Zumal es lösbar gewesen wäre, meines Erachtens, denn schließlich gleich zu Beginn hat man ja gesehen, das System hat erkannt, dass es noch nicht installiert ist. Ich werde jetzt direkt den Installer mal öffnen. So, da haben wir hier den Calamares-Installer. Ist ziemlich einfach. So, hier gibt es nur die Möglichkeit, Festplatte löschen, auszuwählen oder manuell zu partitionieren. Ja, und hier möchte er mir ja 8 GB beziehungsweise fast 9 GB Swap erstellen. Finde ich ein bisschen viel. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, das hier abzuwählen, zumal es Calamares ja möglich ist, entsprechend auszuwählen, ob ich eine Swap oder Swap-File haben möchte, Partition oder gar nichts haben möchte und auch, welches Dateisystem ich haben möchte. Auch das kann ich hier nicht auswählen. Hier wird auf jeden Fall EXT 4 formatiert. Gut, lassen wir jetzt erst mal so, wie es ist und machen weiter. Ja, dann ist er im Prinzip schon fertig mit der Voreinrichtung und ich kann jetzt die Installation starten. Ja, was fehlt einem jetzt? Ich musste noch keine Sprache einstellen, keine Zeitzone, keinen Benutzer anlegen, sondern er hat jetzt sofort die Installation gestartet. und das kennt man eigentlich eher so von OEM-Systemen, wenn ich so ein OEM-System einfach zum Beispiel auf dem Laptop drauf spiele und den Laptop dann verkaufe oder verschenke, wie auch immer, sodass dann der Nutzer, der Endnutzer, entsprechend das Notebook startet und dann das erste Mal seine Daten eingibt, also seinen Account anlegt, seine Sprache angibt und so weiter. Das kann okay sein, finde ich, ist aber völlig unnötig. Aber bleibt abzuwarten, wir installieren mal und ja, bis gleich. So, die Installation ist jetzt durch und ich kann das System einmal neu starten. Remove Installationsmedium. Okay, das hat er schon automatisch entfernt. Okay, dann sind wir jetzt wieder in der Installationsroutine oder immer noch und zwar ist das ja Kalamares Installer immer noch und diesmal haben wir auch keine weitere Oberfläche. Ich kann mal schauen, ob ich hier irgendwie die Auflösung angepasst kriege. Das sieht aber eher nicht so aus. Hier haben wir noch eine Tastatur quasi, eine Bildschirmtastatur. Gut, geht sicherlich auch so. Dann machen wir mal weiter. Also Deutsch lassen wir als Sprache drin. Gut, ich bin mit dem Internet verbunden, aber er hat die Zeitzone diesmal nicht ausgelesen. Hier in Berlin möchte ich haben. Einmal weiter. Tastatur hat er jetzt basierend auf meinen Eingaben entsprechend automatisch ausgewählt. In dem Falle Deutsch Standard. Das kann auch so bleiben. So, und jetzt der Benutzer ist Typ. Für den Benutzer Typ geben wir noch den Computernamen an. Ich sage fairen OS und ein kompliziertes Passwort und dann einmal weiter. Okay, was macht er jetzt? Setup is finishing and restart the computer. Das ist ziemlich seltsam. Wozu muss denn der das System jetzt neu starten? Also für das Eingeben der Sprache und das Anlegen eines Benutzers ist rein theoretisch ein Neustart überhaupt nicht notwendig. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, warum jetzt hier ein Neustart notwendig war. Ist aber überhaupt nicht so schlimm. Er hat ja recht schnell wieder gestartet und wir sind jetzt hier an der Anmeldemaske und normalerweise wird bei KDE Plasma der Login Manager SDDM verwendet. Das ist hier aber nicht der Fall, denn das sieht mir ganz nach. Das sieht man hier wie bei Linux Mint. Sieht das immer noch aus. Oder bei Ubuntu auch. Das ist der LightDM Login Manager oder der LightDM Fenstermanager, LightDM Greeter. Warum diese Entscheidung getroffen wurde, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht erklären. Sei es drum, wir melden uns mal an und dann kommt hier so ein Splash Screen oder dieser Anmelde Splash Screen, der normale, also man kennt das ja von KDE, von KDE Plasma, dieser, ja, Login, diese Login Animation, die wird normalerweise von SDDM gesteuert. Was hier jetzt diesen Login Bildschirm steuert, weiß ich nicht, ob das auch direkt von LightDM kommt oder nicht. Gut, dann sind wir hier wieder bei dem Welcome Screen. Doch bevor es richtig losgeht, möchte ich noch ganz fix die Auflösung anpassen. Und kurioserweise, obwohl wir alles auf Deutsch eingestellt haben, ist das Ganze jetzt hier, steht zwar alle Anwendungen, aber hier steht wiederum Settings, System Settings oder Science and Math. Also das ist irgendwie nicht zu 100% jetzt übersetzt worden, obwohl wirklich alles auf Deutsch eingesetzt wurde, eingetragen worden ist. Genauso wie hier. Hier steht Notifications, Users und so weiter. Aber hier wiederum hell, dunkel, Animationsgeschwindigkeit. Also das ist irgendwie so halb und auch irgendwie nicht so ganz richtig halb. So hier ist es dann wieder auf Deutsch. Okay. Und hier unten steht dann aber auch wieder Apply anstatt Übernehmen. Dann aber auch trotzdem wieder auf Deutsch beibehalten anstatt Keep. Das ist ja, kann man das hier irgendwie komplett auf Deutsch einstellen? Regionaleinstellungen. Okay. American English ist hier ausgewählt und ja, das war's. Deutsch fehlt hier komplett. Sprachen hinzufügen. Deutsch hinzufügen. Dann nach oben. Und American English werde ich jetzt hier einfach mal entfernen. Und hier müssen noch ein paar Pakete nachinstalliert werden. Sprachpakete quasi. Das werde ich jetzt einfach mal ganz fix machen. So, die Installation der Sprachpakete scheint jetzt abgeschlossen zu werden. Hier passiert nichts mehr. Ich sag nochmal Apply. Und er sagt, dass die Änderungen dann bei der nächsten Anmeldung dann erst aktiv werden. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Und dann melden wir uns einmal ab. Einmal abmelden. Und wieder anmelden. So, jetzt haben wir das Ganze eben auch auf Deutsch. Allerdings hat er die Auflösung nicht übernommen. Er hat die Auflösung nicht übernommen. Und jetzt ist auch der Welcome Screen weg. Allerdings ist jetzt alles auf Deutsch. Das ist okay. Das ist super. Dann müssen wir trotzdem nochmal die Auflösung ändern. So. Warum er die nicht genommen hat oder beibehalten hat, ist mir leierhaft. Einmal beibehalten. Okay. So, jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal ganz fix die Welcome Tour machen. So, hier haben wir dann die Tour. So würde das dann aussehen, wenn man das dann endlich alles installiert hat. Und wir gehen jetzt die Tour nochmal durch. Jetzt macht dieses Bild auch Sinn. Jetzt kann ich entsprechend die Guest Editions installieren, wenn ich RnOS auf VirtualBox installiert habe. Oder entsprechend die VM Tools, wenn ich das Ganze jetzt hier in VMware installiert habe. Ich brauche nichts für Word Manager ist da nichts notwendig. Wir machen mal weiter. Und jetzt hat sich auch wieder eine Kleinigkeit geändert. Ganz zu Beginn während der ersten Tour im Installationsprozess auf der Live ISO stand da noch Transfer Files from Microsoft Windows. Das Microsoft Windows ist jetzt hier komplett weg. Das wird hier überhaupt nicht mehr erwähnt. Jetzt steht hier nur noch Transfer Files to Ferren OS. Ja, da kann man, jetzt macht das auch Sinn. Man kann hier Backup Data und Restore Data, falls ich ein Backup habe, kann ich das Ganze hier wieder herstellen. Ist an sich ein sehr cooles Tool, muss ich sagen. Es scheint selbst geschrieben zu sein. So, ist aber wirklich eine gute Idee, ein solches Backup Tool zu nutzen oder auch anzubieten. Wirklich schön, gerade für Umsteiger. So, wir machen mal weiter. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dann die Codex zu installieren für MP3, MP4 und so weiter. Hier macht das jetzt natürlich auch Sinn. Und es ist auch super, dass das Ganze gleich in der Tour zu Beginn hier mit angezeigt wird und angeboten wird, sodass man hier die Codex entsprechend sofort nachinstallieren kann. Ich möchte das jetzt nicht, da ich jetzt ja keine Musik und nichts abspielen möchte. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mir auszusuchen, wie dann der ganze Desktop so gestaltet sein soll, welcher Modus der Desktop ist. Hier haben wir ja ganz regulär dieses klassische Startmenü, wie man das auch von KDE Plasma auch kennt oder auch von Windows so ähnlich. Sieht das ja auch aus. Und das Ganze geht noch als Tablet Mode. So, dann habe ich hier alles nach links verschoben. Das sieht dann schon ein bisschen klassischer aus, wie bei Windows 7 oder das Windows 10. Und wenn ich jetzt hier auf den Vogel hier unten drücke, dann habe ich quasi so ein Menü, ein Anwendungs-Dashboard. Auch das ist sehr, sehr schön. Und das ist natürlich super gut für Tablets. So, dann genau. Hier steht dann kurz beschrieben, wo das Anwendungsmenü sich befindet. Also hier unten. Und hier finden wir dann nochmal das Window Management, das Fenster Management. Also hier werden dann alle Anwendungen und Fenster, die ich geöffnet habe, werden dann hier unten einfach nebeneinander aufgelistet. Und dann kann ich auch gegebenenfalls mit Rechtsklick das Ganze anpinnen, also an Fensterleiste anheften, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Anwendung immer hier verfügbar haben möchte. So, hier wird das System Tray nochmal kurz beschrieben. Unglücklicherweise fehlt hier das System Tray oder zumindest die Symbole. Hier gibt es zwar so ein bisschen noch Onboard und Nachtzwischenablage, Nachtfarbensteuerung und so weiter. Gut, sei es erstmal drum. Hier wird noch der K-Runner kurz beschrieben. Also das ist quasi Desktop Search. Einfach mit Alt und F2 drücken. Dann öffnet sich hier oben so eine Suchleiste. Und dann kann ich zum Beispiel, wie es hier im Beispiel steht, kann ich einfach Foto eingeben. Dann wird mir der Dokumentenscanner und Cheese entsprechend angeboten. Oder ich sage einfach, ich gebe mal Word ein. Mal sehen, was er macht. Rechtschreibprüfung, sagt er dann. Dann LibreOffice. Ja, dann zeigt er mir alles, was LibreOffice ist. Das zeige ich dir mir dann hier an. Also hier kann ich dann auch ziemlich schnell Sachen suchen und finden. Das ist dann der K-Runner. So nennt er sich. Hier haben wir dann auch noch die Einstellungen zum K-Runner. So, dann weiter. Schön, dass es das gibt. So, hier ist dann der FernOS Store. Ja, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, da noch die Farbe entsprechend anzupassen. Entweder auf Dark Mode oder Light Mode. Kurioserweise, wenn ich Light Mode mache, dann macht er alles dunkel. Und dann muss ich hier irgendwie das Schwarze alles ausmalen. Damit er das wieder anzeigt. Jetzt ist, das soll jetzt der Light Mode sein. Wenn ich auf Dark Mode klicke, muss ich hier auch wieder alles ausmalen. Und jetzt ist alles weiß und hell. Und Default ist wahrscheinlich... Ja, jetzt ist Default irgendwie alles Dark. Ich weiß auch nicht. Das ist alles irgendwie ziemlich komisch. Wir lassen das jetzt mal so. Und hier gibt es noch KDE Connect für die Verbindung seines... Wenn du ein Android-Smartphone hast, kannst du das Ganze hier mit via KDE Connect verbinden. Gut, dann Night Color lässt sich einrichten. Das ist ein Standard-Tool innerhalb von KDE Plasma. Damit dann diese Rot-Töne rausgefiltert werden. Dass dann die Blautöne rausgefiltert werden. Gerade abends, wenn es ein bisschen dunkler wird. Das schont dann die Augen. Und hier sind wir jetzt fertig. Gut, das war schon ziemlich verwirrend, diese kleine Tour. Und wir machen mal weiter. Hier unten haben wir ja schon ein paar angeheftete, ja, kleine Programme. Zum Beispiel einen Browser. Und als Standard-Browser wird hier Vivaldi mitgeliefert. Was ziemlich seltsam ist, weil ich bin mir sicher, dass auf der... Oder zumindest bei distrowatch.com wurde noch irgendwie seit dem letzten Update gesagt, dass es der Firefox ist, der hier mit drauf ist. Aber ist ja nicht so schlimm. Vivaldi nutze ich nicht. Ich nutze es tatsächlich nicht so gerne. Es hat viele Open-Source-Elemente, also quelloffene Elemente, der Vivaldi-Browser. Aber er ist halt auch extrem aufgebläht mit auch irgendwelchen Sachen, die wirklich kein Mensch braucht, so im Normalen. Das ist aber Geschmackssache. Das muss jeder für sich entscheiden. Was ich sehr schade finde, ist, wenn ich hier nämlich jetzt mal reinschaue, es gibt unter Browser einen Web-Browser-Manager. Wenn ich den jetzt hier mal öffne, habe ich hier eine bunte Auswahl an Browsern, die ich installieren kann, wenn ich sie denn installieren möchte. Da stellt sich mir die Frage, warum wird sowas nicht gleich in der Installation angezeigt? Direkt während der Installation diesem Browser-Manager, so dass ich dann entsprechend auswählen kann, welchen Browser ich haben möchte. Möchte ich den LibriVolf oder Firefox, ja, selbst genommen Web, oder eben Falcon. Falcon ist dann der Standard-KDE-Plasma-Browser. Den kann ich dann hier einfach nachinstallieren. Nein, stattdessen wird dieses Tool einfach hier im Menü quasi versteckt und mir Vivaldi schon vorinstalliert. Als Standard wird mir das schon vorausgesetzt, dass ich das bitte zu nutzen habe. Finde ich ein bisschen schade, weil das Tool wirklich toll ist. Sei es drum, ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Na gut, jetzt in der Zwischenzeit sind die Symbole hier unten endlich wieder aufgetaucht. Ich habe jetzt gar nicht so wirklich mitgekriegt, seit wann die wieder da sind. Gut, wir machen mal weiter. Dadurch, dass wir ja Plasma haben, gehe ich jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass der Standard-Dateimanager Dolphin ist. Denn Dolphin ist der Standard-Dateimanager für KDE-Plasma. Das ist aber nicht der Fall. Stattdessen haben wir hier Nemo, wenn ich mich nicht irre. Ja, Nemo. Und Nemo ist ja eine GTK-Anwendung. Und das Ganze als Dateimanager integriert in KDE-Plasma ist eine ziemlich kuriose Wahl. Ich kann verstehen, warum man Nemo mag. Nemo ist ein sehr, sehr schlanker Dateimanager, sehr, sehr einfach zu behandeln, sehr, sehr toll übersichtlich. Überhaupt keine Frage. Hier ist übrigens auch wieder alles auf Englisch innen drin, was ich auch schade finde, während hier oben wieder alles auf Deutsch ist. Ist noch wahrscheinlich ein Überbleibsel von Cinnamon-Desktop. Da frage ich mich auch, warum von Cinnamon auf KDE-Plasma wechseln, wenn ich doch die Linux Mint-Sachen quasi oder die Cinnamon-Sachen alle installiert belasse. Sehr, sehr kurios. Sehr, sehr kurios. So, hier unten haben wir dann den Store. Auch hier gibt es normalerweise den KDE-Plasma-Standard-Store namens Discover. Aber anstelle von Discover, der ja wunderbar integriert ist in KDE-Plasma, hat man sich hier für Gnome-Software entschieden. Auch kurioserweise. Der nennt sich hier jetzt einfach nur Store. R-N-O-S-Store. Aber es ist im Prinzip eine etwas ältere Version von Gnome-Software. Oder im Prinzip ist das Gnome-Software oder Cinnamon, was auch im Cinnamon-Desktop, glaube ich, mit integriert ist bei Linux Mint, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte mich jetzt aber irren. Und wir wollen mal sehen, ob wir hier Flatpacks integriert haben. Das kriegen wir eigentlich schnell raus, indem wir einfach nach Spotify suchen. Und wenn Spotify hier zu finden ist, dann ist Flatpack auf jeden Fall integriert. Package, hier FlatHub steht hier. Komm, Spotify Client, FlatHub. Ja, das heißt, Flatpacks sind schon hier integriert in den Store. Das ist super. Das ist gut. So hat man dann auch auf jeden Fall Zugriff auf wirklich viele, viele Programme. Wir schauen mal weiter. Was haben wir denn hier alles so vorinstalliert? Büroprogramme. Hier ist LibreOffice vorinstalliert, was ich immer sehr, sehr begrüße, weil LibreOffice wirklich super, super gut ist. Als Kalender ist Gnome-Kalender vorinstalliert, was ich ebenfalls kurios finde, da KDE Plasma ja ebenfalls wirklich einen tollen eigenen Kalender auch hat. Warum man hier jetzt ausgerechnet auf die Gnome-Variante zurückgreift, ist mir schleierhaft. Wir machen weiter. Wir haben Ocula, ist dann der Dokument, also ein PDF-Viewer, und zwar Standard KDE Plasma PDF-Betrachter. Und das ist okay. So, Dienstprogramme, da haben wir auch hier Calculator, Gnome-Calculator haben wir hier drin. Info zu Taschenrechner. Und zwar auch noch eine alte Version von Version 3.36, von Gnome 3.36. Also ein ziemlich veralteter Taschenrechner, Gnome-Taschenrechner auf KDE Plasma. Ist mir völlig schleierhaft, warum dieser Taschenrechner verwendet wird. Nicht, dass es ein schlechter Taschenrechner ist, aber es ist wirklich, irgendwie fehlt so diese feste Konsistenz hier. So, bei Disks ist mir aufgefallen, auch das ist, ja, quasi Cinnamon oder, ja, Gnome-Disks im Prinzip. Hier Gnome-Tisk-Utility. Ja, obwohl KDE Plasma ja ebenfalls seinen eigenen Partitionsmanager hat. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, der KDE Plasma Partitionsmanager ist bei Weitem nicht so schön und übersichtlich, wie das Gnome-Disks-Utility. Da muss ich sagen, auch hier würde ich sogar vielleicht, wenn ich jetzt KDE verwenden würde, würde ich auch eher Gnome-Disks-Utility dann installieren, weil es wirklich viel schöner, viel einfacher, viel schlanker ist. Das kann man nicht anders sagen. Ist eine gute Wahl, aber dennoch, warum ausgerechnet? So, als Texteditor ist K-Write drin, als kleiner Texteditor. Das ist wiederum eine Standard-KDE-Anwendung. Das ist natürlich in Ordnung. So, dann haben wir Gnome-Karten. Das werde ich jetzt nicht öffnen. Das ist aber Gnome-Karten und Spectacle, ebenfalls ein Screenshot-Tool von Gnome. Ein Gnome-Screenshot-Tool. Also hier sind extrem viele Gnome-Anwendungen drin. Unglaublich auf KDE-Plasma. So, hier Anmeldefenster. Das ist im Prinzip die Konfiguration für LightDM. Und hier sehen wir auch, das hat alles hier nichts mehr mit KDE zu tun. Die ganze Optik ist eine reine GTK-Anwendung. Ja, hier sehen wir auch GTK-Thema Ferren Dark. So, Synaptics-Paketmanager ist mit inklusive. Ist klar, das Betriebssystem basiert auf Ubuntu LTS. Und von daher ist Synaptics-Paketmanager auf jeden Fall mit drin. Das ist sehr, sehr gut. So, hier haben wir dann Internet. Wie gesagt, Vivaldi ist der Standard-Browser. Und der Web-Browser-Manager, den habe ich eben schon vorgestellt. Gut, Remina ist ein Fernwartungstool. Ist mit vorinstalliert. Interessante Entscheidung. Und als E-Mail-Client ist Giri vorinstalliert. Und Giri ist ebenfalls eine GTK-Anwendung. Quasi eine Gnome-Anwendung. Und da verstehe ich jetzt nicht, warum man da nicht einfach auf K-Mail zurückgegriffen hat. Auch K-Mail ist ein sehr toller, schlanker E-Mail-Client. Und ich muss ehrlich sagen, Giri ist gar nicht mal so gut. Das ist aber persönliche Präferenz. So, dann weiter. Was haben wir noch? Multimedia, Cheese und VLC-Media-Player ist vorinstalliert. Okay. Und dann haben wir noch ein paar System-Utilities. Die Konsole. Das ist wiederum original. KDE-Konsole. Konsole mit K. Der Terminal-Emulator. Ja, und dann gibt es hier noch Welcome-Screen. Dieser Welcome-Screen, habe ich erst gedacht, hm, das wird noch ein Überbleibsel von damals von Linux Mint sein. Hätte man dann eigentlich rausnehmen können, da man ja diese Tour jetzt drin hat. Allerdings ist das schon durchaus aktualisierter Welcome-Screen. Warum dieser Welcome-Screen nicht automatisch beim Erststart geöffnet wird, ist mir schleierhaft. Ist völlig seltsam. Denn ich muss sagen, dieser Welcome-Screen ist wirklich toll. Einerseits werde ich jetzt hier, kann ich hier Fern-OS schon mal ein bisschen kennenlernen. Hab hier so ein, ja, eine gewisse Wall of Text. Und hier sieht man eben, Fern-OS basiert hier auf Ubuntu. Das heißt, das wurde aktualisiert, dieser Welcome-Screen. Ja, hier steht also nicht, wenn jetzt hier stehen würde, würde basieren auf Linux Mint. Dann könnte ich verstehen, dass die das irgendwie noch drinnen gelassen haben, irgendwie noch nicht rausgenommen haben. Ja, aber dem ist tatsächlich nicht so. Also man sagt hier wirklich, es ist Ubuntu, es ist ein KDE-Plasma-Desktop. Und wir haben hier hoffenweise GTK-Anwendungen installiert. Weil das ja so wunderbar zu KDE-Plasma passt. Verrückt. Verrückt, wirklich verrückt. So, dann, was haben wir hier noch? Getting Started. Und das ist wirklich schön, weil hier bei Getting Started kann ich wirklich noch mal die Updates und Extras installieren. Zusätzliche Treiber. Das habe ich nämlich hier auch so vermisst. Was ist, wenn ich Nvidia habe, eine Nvidia-Grafikkarte? Ich brauche die Treiber. Und da wünsche ich mir natürlich so ein Post-Installations-Screen, wo ich als Neu- und Umsteiger quasi eher in die Hand genommen werde, um neue Extras und Treiber zu installieren. So, was haben wir hier sonst noch? Timeshift ist vorinstalliert. Ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Was ich sehr, sehr schade finde, wenn ich Timeshift schon vorinstalliert habe, warum richte ich das gesamte System nicht als ButterFS ein? Warum mache ich kein ButterFS-Dateisystem, damit Timeshift dann auch wirklich Sinn ergibt und ich dann zum Beispiel bei Updates automatische Snapshots machen kann? Hier muss ich dann auf R-Sync zurückgreifen, was unglaublich viel Speicherplatz wegnimmt, wenn ich Snapshots erstelle. Ja, hier kann man dann automatische Snapshots entsprechend auswählen, weiter, weiter beenden. Und wenn ich jetzt hier auf Erstellen klicke, dann wird im Prinzip ein Snapshot vom gesamten System gemacht. Das leider über R-Sync eben sehr, sehr groß ist, während wiederum bei ButterFS wird quasi tatsächlich wie ein Foto gemacht von dem gesamten System. Und da macht Timeshift natürlich deutlich mehr Sinn. Zumindest ist es super, dass es das gibt. Ich kann ja mal schnell auschecken, also quasi, ob Autosnap aktiviert ist. Und das wollen wir mal schnell checken. Dazu öffne ich eine Konsole und gebe jetzt einfach hier, ich mache jetzt mal ein bisschen größer. Gebe ein sudo update und sudo upgrade ein. Und dann wollen wir mal schauen. So, das Update wurde jetzt durchgeführt. Hier sehe ich auch, wurde ein neuer Kernel installiert und zwar von Version 5.13.0.37 auf 5.13.0.39. Das ist auch okay. Aber ein automatischer Snapshot wurde nicht durchgeführt. Nach wie vor muss man sich dann darum wirklich selber kümmern, dass man selber entsprechende Wiederherstellungspunkte erstellt, wenn man das System sichern möchte. Gut, dafür haben wir jetzt ein aktualisiertes System. Das ist schon mal schön. Da können wir ja gleich mal schauen. Ja, you name minus R. Wir haben es ja eben schon gesehen. Der Kerne wurde jetzt geupdatet auf 5.13.0 minus 39. Ja, ist natürlich, ihr habt ja das noch nicht neu gestartet. Deswegen ist er noch auf 37. Ist ein super solider, stabiler Long-Term-Support-Kerne. Kann man nichts zu sagen. Der ist flott. Der ist für jeden verfügbar. Der läuft. Der ist stabil auf neueren Rechnern und auch auf etwas älteren Modellen. Was ich jetzt aber noch gerne probieren möchte, wie denn die Speicherbelegung ist. Und dazu werde ich mir erst mal htop installieren. Einfach sudo apt install htop. Und dann sollte das ruckzuck gehen. Dann ist htop installiert. Und mit htop können wir dann sehen, wie viel jetzt hier quasi verbraucht ist. Ich werde das System jetzt mal neu starten. Einfach um zu schauen, wie sich der Ruhrpuls quasi ist. Ja, der merkt sich einfach die Auflösung nicht. Aber ist nicht so schlimm. So, wir wollen mal schauen. Gut, so im frischen, neu gestarteten, wenn man es frisch neu startet und die Dienste alle so weit geladen sind, ist man bei ungefähr 700 MB im RAM. Und das ist für KDE Plasma absolut grandios. KDE Plasma ist ohnehin recht sparsam. Ist gar nicht so ressourcenhungrig wie zum Beispiel GNOME, der dann doch ein bisschen hungriger ist. Und deswegen ist das ja ein super solides System generell. Was gibt es also abschließend zu FernOS zu sagen? Als ich mir das System installiert habe, das erste Mal und ein bisschen durchgeklickt habe, habe ich mir so gesagt, Hä? Ich finde, leider ergibt das gesamte Betriebssystem so vorne und hinten nicht so richtig viel Sinn. Es erschließt mir einfach nicht, was das große Ziel dahinter ist. Als vor zwei Jahren FernOS noch auf Linux Mint basierte, da konnte man genau sehen, wo die Reise hingeht. Man wollte im Prinzip ein Linux Mint eben haben, aber eben auch mit eigenen Tools, mit einem eigenen Design und so weiter und so fort. Super. Jetzt hat man zu Plasma gewechselt und ich finde das klasse. Natürlich ist das toll, zu Plasma zu wechseln. Das Ganze aber dann völlig vermischt mit GTK-Anwendungen, mit Linux Mint-Anwendungen, mit Nemo anstatt Dolphin, mit einem völlig veralteten GNOME Software Center, anstelle von Discover. Leider kann ich hier nicht so richtig sehen, wo die Reise hingeht, bin aber trotzdem gespannt. Möglicherweise wird es noch einige Veränderungen geben, hier bei fairen OS, denn es sieht trotz alledem designtechnisch alles sehr, sehr frisch aus, alles modern und ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Und wenn man dann noch mit dem Welcome Screen und mit der Willkommens-Tour das noch hinkriegt, die zusätzlichen Treiber für Grafikkarten und so weiter auch noch gleich mit hinzuzufügen und einzubinden, dann ist das System nahezu perfekt für Neueinsteiger und Umsteiger von Windows auf Linux. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.